Einen schönen guten Morgen, diesmal aus Kutschras, beziehungsweise vom Wernaktstausee. So seht ihr die Wicke, die ist schon beim Ready Wern. Ja, grüß Gott, danke fürs Gespräch und haben einen Ausblick in der Früh schon gehabt, auf dem See, voll schön. Für uns geht es heute, wohin? Genau, auf die Grawand selber. Und dann wollen wir noch im hinteren Eishaus der Gipfel, also nur an 3000er machen, das heißt in Summe werden es heute zwei, beziehungsweise drei 3000er an einem Tag mit Gondels ein paar. Sollte eine coole Runde werden, wir sind noch ein bisschen abgerockt von Venedig. Das ist heute noch ziemlich schwer. Deswegen eine kleine 3000er Runde, dann Spaß beiseite. Das ist ein geiles Gebiet da, Ringgeleinige, jetzt haben wir schon viel gemacht. So, und Hertha hört mir das aus. Hoffentlich geht es heute besser, dann haben wir nämlich letztes Jahr, letztes Jahr, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren schon, wow. Ich habe sie verletzt. Ich bin einfach umgeflogen und auf den Start etwas und dann, ja, zack. War echt blöd. Hoffentlich gut. So schauen wir es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr Höhlenluft schnuppern wollt, bleibst dabei. Genau. Los geht's. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist unser Weg zur Graubandbahn. Da vorne hat man schon die Stützen gesehen. Die sind echt heftig, wie sie eingebaut haben. Da haben wir einen Anblick schon schlecht. Ja, das ist echt krass. Wir sind auf jeden Fall schnell oben. Sagt die Viktoria. Gloria Viktoria. Da sind wir. Und da schauen wir jetzt so hin, ganz unspektakulär. Und da geht es jetzt hoch. Genau. Also da oben sind wir. Mit dem Hubschrauber sind sie gerade oben irgendwas am Betonieren. Für uns geht es jetzt 1200 Höhenmeter fast senkrecht nach oben. Und dann weiter zu unseren 3000 Höhenmeter. Bist du bereit, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mir viel Angst. Und mandarinen. Wir stehen auf 3200 Höhenmeter rum. Und puh. Richtig satt. Vor allem satt, dass man durchs Wörsthaus und Drell kommt. Also immer davor die Raufen putzen. Und geht auch da richtig massiv. Eure 60. So Panorama hoch 10 gleich. Ja, für uns ist jetzt dann da außen ein Höhenweg. Dann haben wir den ersten 3000 Höhenmeter. Dann ballern wir ab. Und dann haben wir noch mal einen Gegenanstieg von 400 Höhenmeter. Das ist echt eine geile Sache. sehr, sehr спокой viel gray. Also da geht ihr. So, den ersten richtigen Gipfel haben wir erreicht. Das ist die graue Wand. War jetzt nicht wirklich schwer. Da hätten sie immer gestartet. Aber schaut euch das auch. Ein Irrsinnspanorama. Und wenn man da ist, schaut, es ist auch schön alpin. Wahnsinns Aussicht. Und eine geile Glasgräbe da oben. Coole Idee. Ich finde aber so ganz lästig, so tektonische Sachen am Berg. Wenn es nicht zu viel ist, ein bisschen was finde ich echt cool. Genau, wir fahren jetzt dann eigentlich die Kuppe an und kommen dann unten raus, am Sattel. Das war das Zollhaus. Vor zwei Jahren haben wir das gemacht, dass wir Richtung Sölden wieder zurück sind. Da hinten ist Sölden schon. Fängt. Und wir nehmen aber den Aufstieg und gehen in den hinteren Eis. Das ist oben der Kamm und fahren den da noch. Und dann den ganzen Trail Retour aus. Also richtig coole Sache. Und soll da alles relativ gut funktionieren. Haben uns jetzt verdirbt. Ich kriege beißtapter durch als Frau. Immer noch vor zwei Tagen Venedig und jetzt immer schon wieder da oben. Echt ein Wahnsinn. Auf und nieder, auf und nieder. Kleine Maus, gell? Wahnsinn, oder? Und ja, jetzt steht sie da und macht einfach befehle. Det ist ja. Ja! 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 Na! Bis zum nächsten Mal. 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 Wie geil. Mega. Ja. Ja. Unser Trail geht. Geht. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 ... 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